Wie erstelle ich einen Wiederherstellungscode auf Snapchat? Einige Benutzer haben möglicherweise ihr Passwort vergessen, als sie sich bei Snapchat anmeldeten. Oder sie haben die Telefonnummer und E-Mail-Adresse verloren, mit der sie ein Snapchat-Konto erstellt haben, und haben keinen Zugriff darauf. Wiederherstellungscodes sind Codes, mit denen sie sich bei ihrem Konto anmelden können, ohne ein Passwort oder die E-Mail-Adresse zu verwenden, mit der sie ein Snapchat-Konto erstellt haben. Um diesen Code zu erstellen, geben Sie die Snapchat-Anwendung ein. Klicken Sie oben links auf diese Option. Geben Sie nun den Einstellungsbereich ein. Klicken Sie auf diese Option. Wenn Sie die Bestätigung in zwei Schritten nicht aktiviert haben, aktivieren Sie sie. Dies habe ich hier bereits getan. Klicken Sie auf diese Option. Hier sehen Sie eine Erklärung, was der Wiederherstellungscode ist. Klicken Sie auf die grüne Produktionsoption. Geben Sie hier das Passwort Ihres Snapchat-Kontos ein. Klicken Sie nun auf die grüne Option. Dies ist der entsprechende Code, mit dem Sie Ihr Konto betreten können. Schreiben Sie es irgendwo auf und versuchen Sie, es nicht zu verlieren. Danke, wenn dir das Video gefällt und du den Kanal abonnierst, um uns zu unterstützen.